Heute spielen wir Speedroll in real life. Wir malen fünf Sachen, die Community bewertet und der Verlierer bekommt eine Strafe vom Glücksrad. Das erste Thema ist Blue von Rainbow Friends. Wir haben drei Minuten Zeit. Drei, zwei, eins, let's go! Aber Ock, wie fängst du denn an? Weißt du noch, wie Blue aussieht? Ich weiß locker, wie Blue aussieht, Leute. Ist doch klar. Ja, ähm, so. Echt nicht? So, easy peasy, lemon squeezy. So, der hat doch hier so ein Auge. Ja, so einfach ist das dann doch nicht mehr, merke ich gerade. Aber okay, let's go. Ich bin mir wirklich nicht sicher, Leute. Wir haben uns auch vorher nicht die Bilder angeschaut, die wir jetzt zeichnen müssen. Dann ist das Ganze nämlich noch lustiger. Ja, versuch gerne mal sowas auch nachzumalen. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Ich bin hier schon fleißig am Ausmalen-Barpo. Ich weiß ja nicht, was du die ganze Zeit machst. Aber ich bin hier schon auf jeden Fall richtig gut am Start. Ich zeige euch mal den Zwischenstand. Also mein Zwischenstand sieht so... Ach, du siehst mich auch so mal. Du siehst das ja. Du siehst das ja, mach du, ich guck nicht. Ja, okay. Ich zeige euch mal den Zwischenstand. So sieht mein Blue bisher aus. Und let's go. Das war ja mal mega dumm. Aber okay. Jetzt bin ich auf jeden Fall hier schon am Ausmalen. Wobei, nee, ich muss noch eine Kontur, muss ich noch hinmalen. So, zack. Jetzt muss ich ausmalen. Wir haben ja ganz viele coole Stifte auf jeden Fall am Start. Und die haben nur drei Minuten Zeit. Ach, wir haben nur drei Minuten Zeit. Verdammt, hab ich das vergessen. Deswegen beeile ich mich ein bisschen mit dem Ausmalen. So, let's go. Ich hab hier die... Meinen Sie so schatz auf. Das es eine Krone gibt, darf ich ja sagen, oder? Ja, schau mal, Leute. Die beiden Bilder aus. Das ist wie richtig blöd aus. So, uh, das ist eine falsche Farbe. Also die Krone habe ich schon ausgemalt. Das darf ich ja wohl sagen, oder? Ach, die hat eine Krone. Ah, okay, dann habe ich dir den Tipp gegeben. Mein Blauton ist auf jeden Fall nicht so nice, merke ich gerade. Aber okay, mein Blue ist eher Türkis von Rainbow Friends. Meiner ist eher Rainbow Friends von Wish. Der ist ganz schlecht. Leute, was soll ich denn jetzt machen, ey? Das sieht ganz schlimm aus, sage ich euch. Ihr könnt alle viel besser malen als ich. Ey, wir haben aber auch nur drei Minuten Zeit, ne? Man muss das ja auch in drei Minuten schaffen. Wir haben nur noch 20 Sekunden Zeit, aber auch... Nein, 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 nein. Okay, jetzt muss ich ganz schnell malen. Äh, das ist die falsche Seite. So, hier schnell aufmachen. Nein, 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 nein. Noch elf Sekunden, elf Sekunden noch. Oh, verdammt, äh. So, da kriegt er hier noch Füße. Und eine Sekunde, wir haben Zeit, ist zu Ende, aber... Zeit, Zeit, ist zu Ende. Okay, let's go. Bapo, dann kommt jetzt... Ich nehme das Ding hier weg. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Let's go. So sieht mein Blue aus. Zeig deinen mal. Äh, zeig mal her. Oh mein Gott. Wie sieht dein an den aus? Also, ganz ehrlich, ich finde mein tausendmal besser. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Ja, aber wir schauen gleich mal, wie bewertet wird. Ich bin gespannt. Kommt gerne alle auf Abo, auf seinen Discord-Server. Link in der Beschreibung und in dem angepinnten Kommentar. Ähm, da, äh, wird nämlich jetzt gleich die Bewertung stattfinden. Also, wenn ihr beim nächsten Mal dabei sein wollt, dann, äh, kommt da gerne rein. Okay, let's go. Lebe das mal zur Seite. Das Gewinnerbild. So, und das nächste Thema ist Halloween. Und jetzt müssen wir was zum Halloween machen. Also, Abo, hast du schon eine Idee? Ich hab eine Idee. Let's go. Okay, wir haben drei Minuten Zeit. Los. Ich nehme wieder meinen Konturstift hier. Und jetzt werde ich auf jeden Fall erstmal was richtig Nices zeichnen. Äh, ja, und zwar fange ich mal so an wie gerade. Ich werde erstmal einen Kreis zeichnen. Okay, äh, du scheinst mir schon wieder Erfolg-Profi zu sein. Äh, ich klau dir mal Orange. Ja, ich, äh, du hast gar kein anderes Orange. Nee. Dann nehme ich den Stift doch wieder mit. So. Hm, okay. Ich glaube, ich mal erstmal weiter Konturen, äh, bevor ich hier Sachen ausmale. Und ich fange mal mit jetzt mit hier so an. So, Leute, let's go hier. Ähm, ähm. Du hast anscheinend schon eine richtige Idee, oder was? Ja, natürlich habe ich eine mega nice Idee. Ist doch glasklarbar, Po, so. Oh, einmal hier so ein bisschen das hier zeichnen. Okay, äh, Leute, ich weiß auch nicht, ob meins so richtig cool wird. Und ich kann schon ausmalen, Barpo. Du kannst schon ausmalen? Hast du da irgendwo schwarz? Du hast hier schwarz einfach gebunkert, ey, was ist los? Boah, die Farbe ist voll schön, ey. Dieses Orange hier mega, das ist richtig gut, ey. Und das deckt auch mega gut. Glaube ich mal was ganz anderes als du. Also ich glaube, äh, da sind wir ganz weit. Oh, wir haben nur noch die Hälfte der Zeit schon um. Krass, 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 krass. Also wollte ich jetzt hier malen. Ich brauche braun. Hast du braun, aber auch, ich habe keinen braun. Hier ist braun, okay. Boah, ich werde gewinnen. Das sieht so nice aus. Das sieht echt so nice aus. Ich bin richtig stolz auf mich gerade irgendwie. Hey, krass, ey, oh, Mann. Ich bin hier schon wieder verlieren, Leute. Let's go, okay. Du kannst mir ja mal einen Tipp geben. Was malst du denn? Welche Farbe hat denn dein Gemälde? Also, vor allen Dingen orange. Ganz, ganz viel orange. Okay. Let's go, Leute. Ah, ganz viel orange. Oh, wir haben ganz wenig Zeit. Ich gucke, wie viel haben wir denn noch? 30 Sekunden. 30 Sekunden? Ja, 30 Sekunden. Oh, Mann, Leute. Da bin ich doch glattweg wieder fertig geworden. Jetzt muss ich hier noch einen schönen Hintergrund hinmalen. Da noch eine schnell, eine Axte. So, let's go einmal hier. So. Und schon sind wir durch mit der ganzen Geschichte. Und wir haben noch eine Sekunde. Und let's go, Abba, Stifte fallen lassen. So, dann nehme ich das Schildschick gleich weg. Und was hast du gezeichnet? Aber okay, boah, krass. Ich habe einen Kürbis gezeichnet. Und ich habe auch einen Kürbis gezeichnet. Aber ich habe einen Typen gezeichnet, der einen Kürbiskopf hat. Und eine Axt. Also, irgendwie sieht das so ein bisschen aus wie mein Rainbow Friends Kopf. Nur als Kürbis. Oh, Mann, ey. Du bist irgendwie... Weiß ich auch nicht. Gib mir einfach 5 Sterne. So, Leute. Und das nächste Thema ist der YouTuber Lamy. 3, 2, 1, los. Wir haben 3 Minuten Zeit. Und ich zeichne Lamy. Ja, komm, das wird diesmal easy peasy, Leute. So, easy peasy. Ich male schon mal aus, Abba, ich male schon mal aus. Du malst schon aus? Hallo? Ja, klar male ich schon aus. Oh, nein, Leute. Ich habe kein gutes Gefühl dieses Mal. Ähm, ja, also ich habe Lamy ja schon in echt gesehen. Deswegen werde ich jetzt hier natürlich einen richtig guten Lamy zeichnen. Ist ja ganz klar. Lamy, Salamy ist ja am Start. Und, ähm, Lamy, Salamy ist am Start. Okay. Äh, bei mir ist der auch am Start. Aber ich glaube, bei mir ist der ein bisschen mehr am Start als bei dir. So, ich male hier mal so eine krasse... Oh, was habe ich hier gemacht? Ganz großer Fehler. Äh, sorry Lamy. Äh, das ist alles unter Zeit. Wir haben nämlich auch nur noch 2 Minuten Zeit. Wir haben noch 2 Minuten Zeit? Oh, nein, 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 nein. Oh, Mann, ey. Also Lamy, vielleicht, äh... Ja, weiß ich auch nicht. Vielleicht nimmst du meine Entschuldigung ja an. Ey, mein Lamy sieht so schlecht aus. Oh, Mann, ey. Mist, Mist, Mist. Ich muss jetzt hier ganz schön Gas geben. Also Lamy ist natürlich... Wir haben nur noch... Die Hälfte der Zeit ist schon wieder rum, aber... Oh, nein, 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 nein. Okay, ich kann jetzt nicht vernünftig ausmalen. Tut mir leid, Lamy. Ähm, ich muss jetzt ganz schnell sein. Nein, 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 nein. Wie viel Zeit haben wir noch? Oh, wir haben noch 1 Minute 20 Sekunden. Ja, 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 ja. Nein, 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 nein. Also ich, äh... Oh, Mist, 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 Mist. Äh, aber Ok, weißt du, wie lahm du sein Gesicht aussieht? Hast du den schwarzen Stiftnack? Ja, ich hatte den vorhin. ich muss jetzt hier noch 40 sekunden zeit was habe ich noch vergessen aber ich weiß nicht was ich hab's vergessen eingefallen hast du den schwarzen stift mehr ja sofort hier ja okay ich hab was vergessen leute noch mal hier schnell noch 40 sekunden zeit kommen hier die konturen die kommen jetzt wie weit bist du bist du ich bin fertig let's go ich habe noch fünf sekunden zeit über gehabt fünf sekunden zeit sind wir jetzt mit der zeit um und zeit ist okay dann kommt jetzt die auflösung jubi gut du einfach bilder ein zieht echt besser als meins finde ich die ganz ehrlich wie findest du meine frisur also lamys frisur die finde ich mega die finde ich richtig cool aber ich habe bei mir noch lami army aufs shirt geschrieben und ich habe ein cape das hast du vergessen was heißt vergessen wir nur drei minuten zeit mensch das ist doch total cool ich bin gespannt wer diese runde gewinnt das gewinne ich easy peasy und jetzt haben wir noch zwei sachen die wir malen müssen und das nächste was wir malen müssen ist ein hase let's go drei minuten haben wir zeit aber erst mal müssen wir uns das trending wieder aufstellen ja klar easy peasy das machen wir schau mal leute was für profi youtuber wir hier sind mit was für material wir hier arbeiten aber ok startest du die zeit so aber wo die zeit läuft und jetzt werde ich einen süßen hasen zeichnen oh je leute mein hase jetzt sowas von süß das ist doch klar klar als ob aber als ob ok ich glaube mein hase der wird doch er könnte cool werden er könnte cool werden ja also ganz ehrlich meinem ja ich bin mir auch nicht mehr sicher ob mein hase richtig süß wird mein hase sieht schon mal wieder nicht so gut aus aber ob wir haben auch jetzt nur noch schon eine minute haben wir schon um also es geht schon gut los mein hase einfach und der sieht so sass aus wenn ich das mal sagen darf der sieht irgendwie ich habe auch irgendwie am rand vom bild angefangen oh manometer ja ich nehme mir jetzt mal schnell das hier und und let's go leute schnell wieder ausmalen wir haben die helfe der zeit ja schon um nein 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 also ich glaube wenn der osterhase mein bild sieht dann kriege ich gar nichts mehr zu ost dann kommt der nächstes jahr nicht let's go so hast du den schwarzen den habe ich nicht wir haben noch eine minute zehn sekunden zeit um manometer manometer meiner sieht so sass aus so let's go ey leute wenn euch das video hier gut gefällt dann können wir nächstes mal ja vielleicht eine figur von am on us zeichnen genau 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 was hast du am on us figur gemalt oder was ja das könnte durchaus sein ok 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 wir haben noch 40 sekunden zeit aber nein 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 mein hase sieht aus wie hingeschissen der sieht aus wie hingeschissen ok dann sieht meiner vielleicht doch ganz gut aus haben hasen so ein beutel wie kängurus ich hab keine ahnung oh man leute so let's go so aber das war ein riesen fehler was ich gerade gemacht habe egal wir haben nur zehn sekunden zeit aber auch zehn 7 6 5 4 3 2 1 und die zeit ist um aber auch die zeit ist um hör auf zu malen hör auf zu machen du hast du schon gewonnen das sieht so scheiße aus guckt euch mal die nasen da sieht aus als hätte der ja weiß ich auch nicht gegen wind geschissen also die nasen überhaupt so haus ich hab gar keine ahnung du hast da eier hingemalt voll die gute idee voll die gute idee mein hase sieht so komisch aus jetzt halt mal die ohren ah ok ich habe oben seine ohren ja wollen die ohren machen guck mal das hier soll das fell sein also ach leute seid ein bisschen gnädig mit mir ja ok aber auch weißt du was das heißt jetzt kommt die alles entscheidende runde und zwar kommt jetzt der noob der roblox noob unter einem regenbogen welchen noob sollen wir denn malen sollen wir den bacon malen oder den anderen ist uns freigestellt oder das ist komplett egal let's go wir haben drei minuten zeit easy peasy lemon squeezy hallo so ähm ich zeichne das hier einmal so ey abo äh abo sag ich schon bapot den körper habe ich gleich schon fertig easy peasy so einmal hier ne die beine habe ich schon fertig jetzt kommt der oberkörper hier am start so ok zack äh ich muss dir leider sagen dass du meinst wieder nicht so gut aussieht ey dein sieht bestimmt richtig nice aus hallo mach ich dir immer so runter dankeschön dankeschön äh joa let's go leute oh money weißt du denn wie dein noob aussieht also der ist gelb und blau oder der ist gelb und äh orange hallo ist doch glas klar nein du wirst schon wieder abkommen ey lass mal auf hier das machst du guck das im replay an spurt mal kurz zurück ja ich helfe dir doch jetzt nicht dann benutze ich meinen kopf zu stützen ey man ey hast du schwarz mal schwarz rüber ich hab kein schwarz doch danke so wir haben oh wir haben noch zwei minuten Zeit aber was äh malst du da eigentlich oh ey hör auf hör auf weg mit dir so let's go jetzt brauche ich noch einen regenbogen hier so warum denn regenbogen ey wir machen mir nicht so viel platz hier ja du hast das ding weg gemacht so äh hast du jetzt eigentlich noch schwarz hier oder ja oder ja wir haben den regenbogen hier let's go jetzt wollen wir noch irgen grün wir sind jetzt eigentlich auch das du hast auch schon geguckt wir meinen wir sind total komisch so let's go einmal hier den regenbogen vergiss den regenbogen nicht so welcher regenbogen ach so wir mussten noch einen regenbogen zeigen wir haben noch eine minute Zeit wo es rot so let's go weißt du denn wie der regenbogen aussieht ja aber daran halte ich mich gerade gar nicht ich benutze einfach viele schöne Farben so einmal hier den regenbogen so schreibt mal in die Kommentare wisst ihr wie der regenbogen aussieht also ich kann mir das immer nicht merken der fängt bei lila an dann geht er zu blau dann geht er glaube ich zu grün ne zu er fängt bei lila an blau grün gelb orange rot glaube ich egal let's go man eh du bist total gut okay das wir haben noch 30 sekunden zeigen 30 sekunden zeigen auch nein 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 wollte jedoch noch was schönes malen wo schwarz wo schwarz wo schwarz wir haben noch zehn sekunden fünf sekunden noch oh nein 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 let's go in deiner sieht auch gut du hast doch was hingeschrieben meiner sieht so aus hey zeit noch mal der sieht echt cool aus meiner schon wieder so ein bisschen auch interessant hier und da unten steht wer abbootet bekommt ein cookie also ich hoffe dass er bewährt so dann fragen wir jetzt unsere community und dann gibt es die bestrafung so sieht es aus so bapu dann lass uns mal schauen wer von uns beiden gewonnen hat ich bin richtig gespannt ich will nicht schon wieder verlieren genau aber irgendwie habe ich kein gutes gefühl denn ich habe die ganzen bilder in meinem discord server gepostet und die abstimmung ist beendet wir schauen mal beim ersten bild ok dann schauen wir mal rein so bapu lies mal die ergebnisse vor also das thema war blau und ja also das erste bild hat fünf rolls bekommen und das zweite bild hat 36 wo 36 wo sie ja ich habe 31 wo es mehr die erste runde geht an mich ja gut aber wir haben ja noch vier weitere runden also schauen wir mal ja aber ich bin gespannt hier haben jetzt das nächste bild und ich hier sind zehn leute für das rechte bild ja und ganze 29 für das linke also habe ich schon wieder verloren aber leute das bild ist doch eigentlich ganz cool oder ja aber hat halt verloren so jetzt kommen wir zu lami hier war lami das thema und hier hat das linke bild ganze 31 boots ja respekt nicht schlecht dankeschön lami grüße gehen raus an dich ja auf der linken seite da habe ich dich mal verewigt also in das bild haben willst meld dich dann schicke ich dir das zu das musst du echt machen so und das rechte bild das hatte leider nur zwölf voto man aber das ist trotzdem ganz cool ja aber ich fand deins wirklich auch besser okay dankeschön dann schauen wir mal weiter also das nächste bild da sollten wir einen hasen malen und das linke bild das hat ganze 35 boots gekriegt also richtig respekt auf jeden fall und auf der rechten seite das bild das hat leider nur sechs gekriegt und was soll ich sagen das war leider mein bild das sieht ganz schön schlecht aus für dich so jetzt kommen wir schon zum letzten bild hier war das thema noob unter regenbogen und hast du auf die zahlen geachtet ja ich habe auf die zahlen geachtet und du freust dich schon oder das linke bild kommt von babo und das hat 20 votes ja aber das ist ein ganz enge kiste sage ich euch stimmt diesmal wirklich aber das rechte bild hat nämlich 27 votes also sieben mal mehr also 7 7 votes mehr und damit ging die runde auch an mich hast du mitgezählt wie viele runden ich gewonnen habe und wie viele runden du gewonnen hast ja ich habe fünf runden gewonnen jetzt musst du die bestraften nein stimmt überhaupt nicht ich habe vier von fünf runden gewonnen und dementsprechend hast du eine runde gewonnen oh mann okay eine runde gewonnen das heißt das glücksrad muss wieder eine bestrafung für mich aussuchen so babo hier ist das glücksrad das kennst du ja schon ja hoffentlich nichts schlimmes und ich bin gespannt was es ist okay aber dann halte ich jetzt mal das glücksrad und dann kannst du mal drin ja ich hoffe dass du was richtig fieses bekommen nein ich will mich um mann ich drehe jetzt einfach jetzt 100 euro schenken okay ich gehe ihm kurz 100 euro holen lasst euch da mal eben durch ja komm also ich erzähle euch jetzt die geschichte von der aber mir 100 euro geben musste oh mann das ist so cool ey aber du bist ja wieder da warte mal ich stelle das glücksrad mal hier weg und jetzt oh mann papo ist das dein ernst ja 400 euro bitteschön viel spaß leute schaut euch mal an aber hat mir 100 euro geschenkt ey mann meine hosentasche und jetzt gehe ich direkt los ja viel spaß mit dem 100 euro oh mann ey mann leute wenn euch dieses video gefallen hat lasst gerne ein like und ein abo da schau dir das video auf der rechten seite an und wenn du robux oder premium kaufst benutzt gerne meinen starcode aberok damit würdest du mir eine riesenfreude machen und schau natürlich auch bei barpo vorbei bis zum nächsten mal und ciao